Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Ich berufe euch ganz herzlich zu einem neuen, einem ganz besonders neuen Video von mir. Wieder ein Video zusammen mit meiner Mutter und es geht darum, dass wir wieder Bilder nachstellen. Das letzte Video ist so mega geil angekommen. Heute werden wir aber nicht Pärchenbilder, sondern Best Friend Goals Bilder nachstellen. Und dabei wird JK jetzt ganz viel Spaß. Aber wie kommen wir da wieder runter? Wie komme ich denn da dran? Boah, Mutter! Ne! So, lass mich nicht eine Stunde hängen. Sieh zu, dass du hochkommst. Wie hast du das denn gemacht? Ey, mach einfach! Ich muss wachen. Ich kann nicht. Vor allem, ich hänge hier. So, Fotos fertig. Wie hast du das gemacht, Alter? Okay. Okay. Du, was? Du wechselst schon. Ich werde gleich gut. Oh, nein. Nicht schau! Nein! Oh! Super, ich hab jetzt Sand im Schuh. Oh, hallo! Oh, oh! Ach du Scheiße! Kann ich Mutter? Ja! Kitas? Ja! Hast du gut geguckt? Ja! Sorry! Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Beine hab. Hab ich die so? Haha! Ich bin der Chilo von der Brillo! Warte, dann werfe doch! Hm... Hm... Haha! Hahaha! Oh meinst, der Finger oben dabei. Ich hab ein bisschen Angst! Aua, mach schnell! Aua! Kannst du ein bisschen schaukeln? Nee. Dann musstest du schaukeln. Du schaukeln, die Aua, okay. Alter, mein Schenkel ist gequetscht. Die Kette quetscht mein Ohreschenkel auf. Aua, runter! Tut mir leid. Aua, das war gut! Das will schon passen, oder? Ja, wir können es einmal andersrum machen. Aua, das war gut. Aua, das war gut. Danke. Aber mal, versuchen wir es! Warte mal, versuchen wir es! Mit den Beinen! Mach es jetzt! Nö, nicht wackeln! Das muss doch ein Foto werden! Mama, hau! Ja, ich rutsch ab! Ich rutsch ab! Ich habe so einen Ast! Mama, der reißt leichter die Bluse auf! Was? Der spinnt auf mein Bart! Hör auf! Der ist bestimmt jetzt in meinem Mauschen! Ja, in die Mauschen! Und auf meinen Rücken! Ich schwöre, die spinnen jetzt auf deinem Rücken! Jenna, the spider! Spider, äh, Redder! Komm her, Mutter! Ich schwöre, Mutter! Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen! Ein Däumchen nach oben für meine Brutter und natürlich auch für mich! Falls ihr das letzte Bilder-Nachstell-Video noch nicht gesehen habt, werde ich es euch in die Videobeschreibung und hier bei diesem I-Punkt verlinken! Und, ähm, ihr könnt mir auf Twitter, Instagram, Snapchat und, äh, Facebook formen! Anyway! Ja, das ist eigentlich! Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz besonders wunderschönen Tag! Und bis zum nächsten Mal! Ciao!